hallo und herzlich willkommen bei virtual studios und einer neuen folge create diverse danke dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem kanal ich schlawiner gerade mal hier oben rum nein ich habe da drüben offline jetzt hier mal den sims fertig gebaut auf der einen seite ich werde die andere seite nämlich dann wahrscheinlich auch offline hochziehen wenn wir diese seite dort konstruieren zusammen und die ziehe ich dann einfach irgendwie hoch mal gucken ich weiß aber noch nicht genau aber da müssen wir weitermachen deswegen gehe ich mal ins bettchen damit wir den ganzen tag zur verfügung haben die abkürzung flüge rein flüge raus und die leben noch gottseidank ja ich gehe mal ins bettchen und dann sehen wir uns zur frühen morgenstunde wieder so fünf uhr in der frühe der frühe vogel fängt den wurm ab hier hoch wie gesagt ihr seht das ich habe das hier so quasi quer rüber gezogen damit wir hier weiter machen können denn hier fehlt ja noch eine seite nein nein hoch 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 runter nein hier hin ist okay so ich überlege gerade ein theoretisch müsste ich aber hier so einen hoch ziehen 1 2 3 4 5 6 7 8 rein theoretisch gucken wir einfach mal ich habe nämlich hier auch schon ein bisschen was zurecht gesucht damit wir hier auch produkte haben 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 genau ich bin hier da habe ich glaube ich einen zu hoch gesetzt 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ok passt schon irgendwie äh so treppe probieren wir uns aber mal hier die drehen die uns wie wir sie brauchen ja guck mal ich habe hier einen vergessen ok doch so nicht da hin da hin drehen dann geht das doch recht fix hier da hin hin da hin hin da hin hin Da hin, da hin und da hin und zumauern. Ja, nee, ist richtig, ne? Genau, einfach zumachen. Und der wird durchgezogen. Sollte zumindest so sein. Genau, der ist ja nur wegen Team Huls. Okay. Haben wir hier natürlich zwei gemacht, hätte auch einer sein können, oder? Mal kurz überlegen. Na, da muss ich hier drüben mal ansetzen. Nicht, dass ich das noch jetzt verändern muss. So, genau, hier kommt das Holz hin. Hier geht es aber so hoch. Weiter. Jetzt kommt hier quasi, ach, ich sitze schon wieder auf dem Dummkabel. Ja, warte mal hier. Was will ich jetzt machen? Genau. Noch mal so eine Ebene reinziehen. Und jetzt nochmal das gleiche Spiel. Eins, zwei, drei. Ja, ich muss den hier auch hochziehen. Also das heißt, ich muss, aber lohnt sich einfach mehr. Ja, so, dann kommt hier wenig der hin. Passt halt etwa nicht. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier echt einen Fehler gemacht. Oder? Das hier ist die Mitte. Ja, scheiße. Scheißen Dreck. So, okay. Habe ich mir schon fast gedacht irgendwie, dass halt hier nicht so ganz passend ist. Was machen wir anders? So. Hier brauchen wir die vier. Ist ja nicht verkehrt. So. Mal hier ein bisschen höher hinzugehen. So. Leider weg. So. So. Ist leider weg. Ja. Kann hier mal ein bisschen zugemauert sein. So. Jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und eine Ja. Ganz umsonst gefreut. Passiert. So. 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 Ne, hier ist jetzt was falsch. Oder? 1, 2, 3. Ah, verdammt. So wird ein Schuh draus. Zack, zack, zack. Kann ja ruhig bis hoch. Dann passt das schon. Wie gesagt, kann ja auch ruhig ein bisschen Abwechslung pro Seite sein. Hier sind wir jetzt wesentlich weiter drüben als hier. Ist aber nicht weiter wild. So, jetzt das gleiche Spielchen. 1, 2, 3, 4. Genau. 1, 2, 3, 4. So passt das. 1, 2, 3, 4. Na, tut immer ein bisschen weh. Immer ein bisschen mehr. Ja. So. So. So, das mal so hier ein bisschen zu organisieren. Ach guck mal, wir sind da schon zu hoch. So. Bom, 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 bom. Rein theoretisch. Und rein theopraktisch auch. Theoretisch. Theoretisch und theopraktisch. Neue Worte. Zack, zack. Der ist auch komplett viel am Platz. So. Hier fehlt noch eine Reihe. Ich finde generell die Reihen. Ach, ich bin auch Trottel. Ich muss ja nur die Reihen hochziehen, statt mir da die Mühe zu machen. So. Manchmal macht man sich halt schwerer als es wirklich ist. So. Und der letzte. Puh. Mal drehen. Bam, bam, bam. So. Wie weiter. Da hin. Da hin, da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Und Stone. Genau. Haben wir die schon mal alle auf eine Ebene. Das ist schon mal praktisch. So. Aber wir sind halt wie gesagt noch gar nicht fertig. Das ganze kommt jetzt noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die ist jetzt einfach durch. Ja. Ich mache jetzt erstmal hier so die Längen fertig. Das Fenster will ich mich durchziehen. Hier fehlt noch was. Nein. Puh. Scheiße. So. Der muss bleiben, das passt. Aber der hier nicht. Riesengroß. Das Haus muss ja auch längs hoch gehen. Und nicht nur in der Breite. Dann wirkt das auch wieder anders. Das rede ich mir ein. So. Ähm. Klippt bei uns. Wie fangen wir denn jetzt an? 1, 2. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7,. dass sie in schmerzen wisst ihr wie sich die leute vom kölner dom fühlen gefühlt haben grösentechnisch ist das natürlich ähnlich größenverhältnismäßig aber ich mache zuerst den hier muss ich da nicht nochmal rein springen so und den hier da sehe ich die höhe jetzt so schlecht von a nach b und c nach d ziehen wir den jetzt hier im kreis schön hoch ich habe nicht umsonst die ganzen materialien hier dafür dabei hier drüben machen wir erstmal den ne da geht die sonne schon wieder echt unter ne boah ist die zeit schnell um übertrieben ja die kleine korrektur am anfang die hat schon wieder ordentlich zeit gekostet leider gottes da hin da hin hier will ich noch nicht jetzt hat er mich da hoch gepusht so halt das wieder nicht so wackeln bitte muss ich kurz überlegen der ist hier oder ne hier ist noch ein hals ok ich werde hoch gehen ich werde hoch gehen ein ein machen wir mal ein bisschen abwechslung so na so klar der muss bleiben das ist nicht ganz so kalt wie da aber ist ja auch noch ein bisschen höher so drei ich ziehe mal eben den hier hoch so hier bis dahin will ich den haben dann setzen wir den hier rüber und so haben wir noch genug ein paar haben wir noch ein paar Kugelöcher wohl ne wäre ein bisschen übertrieben Assi ist was anderes ich nehme a weiß so Jetzt ziehe ich die Sonne unter, also ich will das nur schnell fertig kriegen hier die Ebene wenigstens, damit wir ein bisschen was geschafft haben, nicht dabei, ich könnte ja brechen. Ups, nicht da rein, so, der geht natürlich weiter und weiter und weiter und hier mache ich das so gar nicht mit den Treppen ein bisschen holz zwischendurch drin da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht vergessen gleich im Endeffekt siehst du es unten gehen nicht mehr, ich mache mir jetzt die Mühe hier so ein bisschen Absätze rein zu knallen, am Ende siehst du sie nicht mehr so, was sagt die Uhr, 24 Minuten, das ist quasi tot ja doch das passt, da fehlt dann halt nur noch die Treppe und auch da, so geht eh gleich alles zur Neige komm, ich will das jetzt hier fertig machen, ganz schnell nee komm, wir machen Feierabend, hier fehlen jetzt im Endeffekt nur noch diese die Dinger hier die zack und hoch, so nach dem Motto aber das mache ich jetzt gleich alles noch irgendwie ich hoffe euch gefällt es, wenn ja ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin bis dahin